liebe freunde manchmal hat man doch glück und man trifft den ein oder anderen bekannten musiker und bei besonders viel glück kann man vielleicht auch ein paar fragen stellen und wertvolle tipps erhalten so hatte ich mal auf der musikmesse in frankfurt die gelegenheit den famosen jim chappin zu treffen jim chappin ist damals als ich ihn traf ungefähr 86 gewesen und ich habe ihn erwischt in einer stillen zeit was schwer ist auf der messe da haben war vielleicht gerade mal für drei minuten ruhe und er saß ganz alleine beim dw stand und hat auf seinem practice pad geübt jim chappin war einer der letzten schüler von sanford molar der ja die moler technik beschrieben hat die moler technik hat ja einen hohen stellenwert hier mittlerweile viele nutzen sie wer sie nicht nutzt hat bestimmt davon gehört und jim chappin war also einer der letzten der tatsächlich bei sanford molar auch studiert und gelernt hat und jim chappin hatte tatsächlich handgelenke wie aus gummi und da bin ich zu ihm hin und hab gefragt sagt mir doch bitte mit einem satz was denkst du ist die wichtigste eigenschaft die ein drummer mitbringen sollte und da hat jim chappin zu mir gesagt well you know the main thing is that you have a good job und mit job meint er eben den einzelnen schlag in der ausführung wie eine welle mit dem richtigen schwung mit dem richtigen rebound und entspannt ausgeführt das ist die grundlage von allem und da sollten wir uns alle drauf besinnen also tipp der woche back to the basics und auch mal wieder einzelne schläge von ihrer bewegung her überprüfen sowohl links als auch rechts als auch abwechselnd und nicht immer an schnelle paradidel oder komplexe figuren denken